Heute starten wir mal wieder direkt im Raumschiff mit einer neuen Episode von Sixty Parsecs. Ich heiße euch ganz recht herzlich willkommen bei eurem Lieblingspfannkuchengesicht, das mal wieder in diesem Raumschiff hier gelandet ist. Mit Hammer und Sichel bedroht er den letzten Kapitän dieses Schiffes, der SS, Thorsten Kogokkel. Ne, nicht Enterprise, Stahlkapsel, so rum was. Thorsten Kogokkel, Stahlkapsel, nicht Enterprise. Da können wir dann das nächste Schiff, das kann vielleicht mal ein Enterprise mit reinbekommen. Der letzte Tag, der lief eigentlich ganz schön, süppchen hergestellt, gerade das Kommunikator bekommen. Ich gehe auch mal direkt hier wieder ins Herstellungsmodul rein und werde mich darum kümmern, etwas zu recyceln, nämlich eben diesen Kommunikator, den ich kostenlos bekommen habe. Den kann man zwar irgendwann natürlich benutzen, wobei ich könnte die Schaufel recyceln, anstatt sie zu reparieren. Das ist eine gute Idee. Ich recycle die kaputte Schaufel, anstatt da jetzt Geld zu verwenden, sie zu reparieren. Wann habe ich wieder ein bisschen was da, um Suppen und Erste-Hilfe-Sets und ähnliches herzustellen. Das hier kennen wir ja schon. Oh, aber dieses Mal ist es was anderes. Es ist... Oh, 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 oh. Ich kann gar nicht... Wieso kann ich meine Waffe nicht benutzen? Ich dachte, ich kenne die Situation inzwischen und komme da easy mit klar. Aber ich habe nur die Möglichkeit mit meinen Attributen zu agieren. Die Sowjets, sie sind zurück und haben das Shuttle umzingelt. Ja, wir dürfen nicht zulassen, das kennen wir, aber den Textkämmer ist an Bord und ich kann jetzt entweder Stärke verwenden, Beweglichkeit oder Intelligenz. Alles ist hier mit zwei bewertet. Und ich setze auf Emmets Brillanz und Intelligenz. Und dafür kriegt er ein Süppchen. Das kriegst du hin. Ich freue mich schon so auf Tag 70, Emmet. Mach mir das jetzt nicht kaputt. Mach das uns nicht kaputt, denn wir sind Käpt'n. Ey, das habe ich auch noch nie gesehen. Und das an Tag 69. Emmet lächelt. Emmet lächelt, nachdem alle seine Freunde gestorben sind und er komplett alleine hier seit Tagen gegen jegliche Widrigkeiten kämpft, lächelt Emmet das erste Mal uns alle an. Du hast beschlossen, dass alle Konflikte mit kalter Berechnung gelöst werden können. Die Notfallentlüftung des Reaktors zu öffnen, war die einzig logische Maßnahme. Und logischerweise wurde der Angreifer auf ziemlich eklige Weise in seine Atome zerlegt. Gut mitgedacht, Käpt'n. Steht aber immer noch dabei, dass das immer noch nicht vorbei ist mit dem Gespenst des Kommunismus. Aber trotz allem hier, wenn man sich das mal anschaut, glücklich. Emmet ist glücklich. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, dass er jetzt wirklich nach all diesem Drama, dass er komplett alleine durchstehen musste, glücklich ist. Aber ich vermute mal, das heißt, dass ich ganz anständig spiele. Ich stelle ein Süppchen direkt her, damit ich das nachher für ihn habe, wenn er wieder am Verhungern ist, und stelle mich der heutigen Aufgabe. Was zeichnest du da, Käpt'n? Ist das Schinken? Ich verstehe. Du hast genug von der Suppe und sehnst dich nach Erdnahrung. Reiß dich zusammen, das führt doch zu nichts. Zum Glück habe ich genau das richtige Programm für diese Situation. Es heißt, es gibt noch mehr als Bockwurst und Kartoffelsalat. Das sollte dich auf andere Gedanken bringen. Würdest du gerne an dem Programm teilnehmen? Ich sage häufig nein. Bei dieser Frage, bei dieser Angelegenheit sage ich ja. Weil ich finde, dass mal wieder so eine Teamaktivität zwischen dem Computer und mir, dass die ganz gut sein könnte für das gegenseitige Geschmiere und so ein Programm. Es gibt noch mehr als Bockwurst und Kartoffelsalat, auch wenn das ganz lecker klingt, sag ich ganz ehrlich, ja, und dazu einen feinen Kölsch. Machen wir das. Probieren wir mal aus. Vielleicht gibt es ja irgendeine leckere Virtual Reality Simulation, in der es ein bisschen Schwarzwälder Kirschtorte zu verknuspern gibt. Man kann dem Computer auch mal versuchen zu vertrauen. Ein bisschen vertrauen. Kannst du vertrauen. Kannst du dem Computer vertrauen. Tag 70? Wir waren erfolgreich, Captain. Deine kulinarischen Gelüste sind wieder unter Kontrolle. Wir verbrachten den Nachmittag mit erbauenden Gesprächen über Dinge, die wichtiger sind als Essen. So funktioniert das Programm. Das hätte man sich auch denken können. und kamen dann zurück auf die vielen Vorzüge von Tomatensuppe. Jetzt wissen wir auch mal, das ist eine wichtige Information. Das ist eine bahnbrechende Information. Es ist nicht irgendeine Suppe. Das hier ist Tomatensuppe. Tag ein, Tag aus Tomatensuppe. Das wäre doch auch mal ein Experiment. 30 Tage nur Tomatensuppe essen. Jetzt sollten wir uns aber wieder darauf konzentrieren, die aktuelle Mission zu überleben. Meinst du nicht auch? Denk daran, das Leben ist wie ein gedeckter Tisch. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber meine Programmierung sagt mir, dass du dich jetzt besser fühlen solltest. Ich bin wirklich stolz auf mich, Käpt'n. Oder du bist wirklich stolz auf dich, Käpt'n. Das ist der Hammer. Wie gut es Emmett geht, ist der Hammer. Nur eine einzige gelbe Kondition und das ist das Hungrig, was man eben auch genauso macht. Und währenddessen rutscht die Maus so auf Baby Bronco tot. Es sieht auch eher ein bisschen psychopathisch aus, so langsam, dieses Bild hier. Mit Emmetts Grinsen und den zwei nebendran liegenden Leichen. Sollte ich vielleicht irgendwas verbessern? Ich könnte natürlich die Waffe mal verbessern. Da habe ich bestimmt so ein fettes Gewehr. Aber es macht eigentlich mehr Sinn, Sachen herzustellen um dann damit bei entsprechenden Aufgaben reagieren zu können. Häufig habe ich auch die Atombatterie gesehen. Deswegen werde ich jetzt das mal machen. So eine Atombatterie in so einem kleinen Raumschiff herzustellen, das kann ja auch gar kein Fehler oder sowas sein. Aus der Ferne kommt ein Phobia auf einem rasenden Fahrzeug auf uns zugeflogen. Ich glaube, es ist der, der uns zur Zuflucht bringen möchte, Sir. Moment. Irgendetwas hat er da im Schlepptau. Zieht er eine große Staubwolke hinter sich her? Nein, es ist ein barbarischer Konvoi. Angeführt von dem kleinen Freak, dem wir vor ein paar Tagen geholfen haben. Dieser Planet und diese Storyline schafft kein Vertrauen in mögliche außerirdische Begegnungen, liebes Videospiel. Aber anscheinend Fühlt er, das ist jetzt die Frage. Ich lese es mal weiter vor. Der Phobia aus der Zuflucht erreicht das Shuttle. In Zuflucht kommen wir aber erst helfen mir. Er schreit panisch und zeigt, wie wild auf den neonleuchtenden Konvoi da auf uns zurast. Wir könnten uns verstecken, der anrückenden Truppe stellen oder auf das Fahrzeug aufspringen und fliehen, Käpt'n. Ich bin mir nicht sicher, welche der Alternativen am besten ist. Ich erinnere mich da an etwas. Ich erinnere mich an Folgendes. Und zwar, dass beim ersten Mal, auch wenn der erste gerettete Phobia uns verarscht hat, gab es in einem Text, glaube ich, trotzdem die Anmerkung, dass eben diese Zuflucht oder dieses möglichere, schönere Leben bei den Phobiern sehr verpönt ist. Und das kann ja jetzt wirklich sein, dass sie da mitbekommen haben, ey, der ist da in dieser Zuflucht, der ist einer von den Zuflügtern, von den Widerstandern und dann fährt dieser barbarische Konvoi ihm dahinter her und ich vermute mal, auf das Fahrzeug springen wäre Beweglichkeit oder wäre das Stärke, das wird jetzt hier halt auch nicht genau angezeigt. Deswegen wähle ich einfach das, was die höchste Erfolgsquote haben könnte, nämlich, dass der lächelnde Amed seine Brillanz verwenden kann, um die Situation zu analysieren und sich dann dementsprechend zu entscheiden. An Tag Nummer 70. 70. 71 jetzt. Die Atombatterie ist Ende. Wieso Ende? Also die Atombatterie ist fertig. Aber kein schlechtes Ende, oder? Aber gibt es ein Endscreen? Was ist los? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich muss nur in den Lock schauen. Der freundliche Phobia nährte sich mit rasender Geschwindigkeit. Eine Horde Barbaren im Schlepptau. Schlagartig erinnertest du dich an die in der Landschaft verstreuten Bunker, die bestimmt gute Verstecker abliefern würden. Du schnapptest dir den Phobia, die passen ja auch gut unter den Armen, und entscheidest dich für einen der Bunker. Die Wahl war gut. Du zogst den Phobia in einen Bunker und ranntest seine Stufen hinab, batest dir den Weg durch ein Labyrinth aus unterirdischen Fluren, bis du durch einen Notausgang wieder an die Oberfläche fandest. Von dort sahst du zu, wie die Barbaren euch in den Bunker folgen. Dann hast du zwei Tonnen schwere Tür hinter ihnen verschlossen und deinen Weg zur Zuflucht fortgesetzt. Ich weiß nicht, ob du technisch begabt bist oder einfach nur das Glück des Dummen gepachtet hast, aber der hergestellte Gegenstand ist von hoher Qualität. Klasse. Oh, ich habe eine thermonukleare Batterie hergestellt. Aber das ist das Ende. Ich habe es in die Zuflucht geschafft. Zwar alleine, aber ich lebe jetzt zusammen mit ganz vielen kleinen Benjamin-Yoda-Blümchens. Ich habe meinen ersten Run in 60 Parsecs erfolgreich mit 70 Tagen abgeschlossen und das auf so einem beschissenen Planeten. Und jetzt hat Emmett nichts Besseres zu tun, als Bäume zu betrachten. Willst du den Baum heiraten, Emmett, oder was ist da genau los? Ich trenne jetzt unsere gemeinsame Verbindung. Wir sind zwar immer noch Käpt'n, also ihr und ich, aber Emmett lasse ich jetzt mal hier so ein bisschen schön mit seinem Baum alleine. Schlappt ihr doch noch so ein Marshmallow oder halt dich doch mal mit den Leuten. Und so gelang es Käpt'n Emmett Alice, die gnadenlose Welt namens Phobonos zu zähmen. Nachdem er die paranoiden Phobia in der abgeschotteten Zuflucht davon überzeugt hatte, dass die Welt eigentlich ja selbst sauber und es wert ist, gerettet zu werden, betrat Emmett Alice die gewaltige Enklave und fand einen lauschigen Ort, um sich niederzulassen. Ein Paradies, nicht unähnlich den Tropen der Erde. Ob Käpt'n Emmett für immer bleiben oder doch eines Tages wieder aufbrechen wird, steht in den Sternen. Zumindest muss er nicht mehr um sein Leben fürchten fürs Erste. Wenn das hier wirklich alles nette Phobia sind und keine verratenden Phobia. Vor ihrem vorzeitigen Ableben hat Meghan niemals irgendwem gesagt, dass sie an Bord des Astro-Bürger-Flucht-Shuttles die Zeit ihres Lebens verbracht hat. Leider finden alle Dinge ein Ende und ihres kam recht abrupt. Meghan, ich hab bis zum Ende daran geglaubt, dass du zurückkommst. Ich glaub auch nach wie vor daran, dass Meghan lebt. Die arme Didi musste den ultimativen Preis für den Erfolg der Mission von Käpt'n Alice zahlen. Nein, ich rede nicht von ein paar Suppendosen, ich rede von ihrem Leben und ihrer Kaffeetasse. Baby Bronco konnte den ultimativen Triumph von Käpt'n Alice leider nicht mit ihm teilen, doch die Erinnerung an ihn lebt fort. Die Legende des Riesen mit dem gütigsten aller Herzen schallt durch die Galaxie und formt künftige Generationen von intergalaktischen Abenteurern und Bodybuildern. Get to the job! Bestärkt durch seine unglaublich unerwartete und erfolgreiche Karriere als Astro-Bürger-Captain überlegte Emmett, was er als nächstes tun sollte. Sein brillanter Verstand, ich hab ihn tausendmal erwähnt, lief schon bald wieder auf Hochtouren. Nur ein paar kurze Jahre später wurde eine verbesserte Geschmacksrichtung von Tomatensuppe in Dosen an alle zivilisierten Galaxien geliefert. Es scheint, als wären schon Jahrhunderte vergangen, seit vier amateurhafte Astronauten die Umlaufbahn der Erde mit der Aussicht auf den sicheren Untergang verlassen haben. Doch jetzt schaut der mutige Käpt'n mit neu gewonnenem Optimismus in die Zukunft. Das Ende einer jeden Geschichte führt zum Beginn einer neuen, da bekomme ich ja fast ein bisschen Gänsehaut, weil ich natürlich diese ganze Geschichte hier auch so intensiv erzählt und mir vorgestellt und nachgefühlt habe mit diesen Folgen hier. Ich drücke auf Ende. Wir haben es geschafft. Wir haben überlebt 71 Tage lang auf diesem, hab ich mir jetzt echt sagen lassen, unfassbar beschissenen Planeten. Teile deine Abenteuer, das hab ich schon mit euch gemeinsam getan. Ich hab 0 von 12 Orten entdeckt, das ist natürlich nicht so stark. 34 Suppen verzehrt, aber dafür 2 von 3 erfolgreichen Expeditionen, bis halt auf die eine, wo eine Menge irgendwo gelandet ist. Du, da kann ich für den ersten Run absolut mitleben. Da bin ich sogar stolz auf mich und Käpt'n Emmett Ellis. Wir sind Käpt'n und auch auf euch natürlich, dass ihr euch das angeschaut habt. Ich hoffe, euch hat dieser erste Run hier gefallen. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren mitteilen, wie ihr das denn jetzt handhaben möchtet. Ob wir erstmal sagen, okay, wir haben jetzt so einen mega guten ersten Run hier hinbekommen, ohne irgendwas elementar zu verkacken. Klar, Crewmitglieder verloren. Aber mir wurde ja auch direkt am Anfang gesagt, das gehört dazu, bringt den Käpt'n durch Kedos. Das hab ich natürlich ernst genommen. Oder wir stürzen uns noch in einen weiteren Run hinein, in einer weiteren Folge, quasi einer zweiten kleinen Mini-Staffel von 60 Parsecs. Teilt mir das gerne mal, wie immer, in Form von Bewertungen und Kommentaren mit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bedanke mich für die über 70 Tage, die wir gemeinsam verbracht haben auf der SS-Torsten-Kogogl-Kogl-Steig-Kapsel. Es war erfolgreich. Es hat geklappt. Der Planet ist bezwungen. Und wir haben überlebt. Bis zum nächsten Video. Alle raus aus dem Raumschiff Alle aussteigen Schön ans Lagerfeuer Marshmallow mit den Phobiern Ihr seid abgelöst Bis zur nächsten Expedition Bis zum nächsten Mal